Ist dir auch niemand gefolgt? Nein, die Luft ist rein. Hast du sie? Ja, schau mal, den hab ich aus Polen. Oha, geiles Teil, der ist ja riesig. Ja, oder? Ich hab noch mehr davon. Wollen wir einen zünden? Klar, ich hab auch schon ne Idee wo. Denkst du dasselbe wie ich? Ich glaub schon, aber lass uns erstmal einen Testversuch machen. Du hast recht. Hier steht anzünden und innerhalb von 5 Sekunden werfen. Klingt einfach, gib mal her. Irgendwie will der nicht. Lass mich mal. Du musst ihn werfen, aber wohin? Keine Ahnung, lass ihn einfach fallen. Oh, Kacke.